Hallo ihr Lieben, wir tanzen langsamer Walzer, eine Dame hier nach rechts, eine kleine Einheit. Und zwar tanzen wir uns recht, das macht ganz kurz vor, wir tanzen ganz kurz beim Grundschritt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und irgendwann meine Hände sagen, okay, ich klebe mal die Dame rechts herum und umgebe wieder mit dem Trill hinein. Super, überall an der Hände. Sehr gut, wir starten zusammen, und zwar tanzen wir als Herr einen Vorwärtsheft im Grundschritt, die Damen einen Rückwärtsheft im Grundschritt. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt bleiben die Herren mal ein bisschen stehen und wir gehen fast schritten nach hinten, sodass die Damen Platz frei haben. Und die Dame zeigt uns dann besser die Schritte. Genau, ein Damensohn an rechts, kennen wir wahrscheinlich schon aus anderen Fänden. Die Dame geht einen Schritt vorwärts, geht dann auch den linken Fuß drauf und setzt den dritten Schritt dann schon wieder vorwärts zum Herren. Genau, die Manuel zeigt euch das jetzt nochmal, sagst du, die Hände weiterhören. Genau, während die Dame das macht, tanzen die Herren einmal einen kleinen Rückwärtsheft im Grundschritt. Wir starten noch einmal von vorne zusammen. Wir haben eins, zwei, drei. Jetzt können wir die Dame drehen. Das heißt, immer wenn wir als Erden rückwärtsheft im Grundschritt haben, können wir die Dame rechts noch drehen. Wir beachten, was wir mit dem Grundschritt ein bisschen kleiner setzen. Eins, zwei, drei. Dann habe ich auch sehr den rechten Fuß breit, die Dame mit dem linken Fuß breit und wieder in den Grundschritt hineingehe ich. Eins, zwei, drei. Dann kann ich wieder ein bisschen weg. Und immer wenn der Herr nach hinten geht, kann er entscheiden, okay, ich drehe ein bisschen und wieder zurück. Als Hilfe kann er auch ein bisschen die Hand hier langer hochheben. Genau. Und dann kann er wieder raus. Yes. Sehr schön. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.